Samstag in dem kleinen Örtchen Leln bei Königslutter. Ein ländliches Idyll seit mehr als 1000 Jahren. Früher ehemaliges Zonenrandgebiet im östlichsten Zipfel Niedersachsens. Heute grau und regnerisch. Trotzdem, für Johannes Weigmann, kurz Jo, ist es der Höhepunkt der Woche. Mit seinem alten Citroen-Bus fährt er nach Helmstedt. Da ist heute Markttag. Angeboten wird das, was es wahrscheinlich überall gibt. Obst, Gemüse, Brustwaren. Die Tradition der Marktscheier. Hier hat sie noch ein richtiges Zuhause. Ja, ich wollte es schon dreimal schreiben. Hier war jetzt 10 Gurken, 1 Euro. Kommt mal her. Und 2 Bondradies in 1 Euro. Und mittendrin eine echte Spezialität. Jo's Bus ist nämlich gar kein Lieferwagen, sondern Pinocchio. Die rollende Espresso-Bar. Und auf die haben hier schon alle gewartet. Wenn man hier früh aufbaut und der Nachbar hilft einem schon beim Aufbauen und dann einer schließt auf und man tauscht sich auch auf. Wir machen auch Kompensationsgeschäfte. Mal einen Kakao für einen Blumenkohl. Das bringt auch einen weiter. Sympathisch. Hier gibt's noch Tauschgeschäfte. Mit heiligem Ernst macht Jo seine Maschine klar. Also jetzt zeige ich euch erstmal, wie man einen perfekten Kaffee macht. So, als erstes lasse ich mal Dampf aus der Dampflanze. Jetzt nehme ich mein Milchkännchen und tauche das ein ganz vorsichtig in die Dampflanze. Zwischen 5 und 7 Uhr. Und nicht zu weit am Rand, sonst gurgelt es so laut. Jetzt muss ich schuckern und drehen. Und die großen Blasen werden durch Klopfen rausgemacht. Und die kleinen Blasen werden durchs Drehen rausgemacht. Ich habe eine vorgewärmte Tasse. Jetzt schalte ich meine Mühle an. Einmal drücken. Der Kaffee wird frisch gemahlen. Das ist ein Frichter. Kein Vorratsbehälter. Ich male also immer die Bohnen sehr frisch. Klarer Fall. Es ist mehr als ein Geschäft. Es ist Jo's Leidenschaft. Einmal drüber streichen mit der flachen Hand. Ein Leerbezug. Das nennt man Flächen. Einspannen und los geht's. Nach 5 Sekunden öffne ich den Hebel. Und es soll dann rauslaufen wie ein Mäuseschwänzchen. 120 Sekunden schmeckt der Kaffee sauer. Über 30 Sekunden lösen sich zu viele Bitterstoffe. Die Kunst ist es, zwischen 25 und 27 Sekunden Espresso herzustellen. Da braucht man ein gutes Zeitgefühl. Oder eine Stoppuhr. Jetzt habe ich eine schöne Crema. Ich drehe den ein bisschen an der Seite hoch. Auch wegen der Optik. Vorgewärmte Untertasse. Wunderbar. Fertig ist der perfekte Cappuccino à la Jo. Und schmeckt der auch? Das hat gewisse Etwas, was man zu Hause so nicht hinkriegt. Große Ausnahme. Das hier ist für mich eine feste Adresse. 90 Tassen verkauft Jo heute. Macht 180 Euro. Reich werden kann er davon nicht. Macht nix. Ja, Kaffee ist meine Leidenschaft. Ich lebe für meine Bohnen. Ich hänge da mein Herzblut mit rein. Man muss schon ein wenig verrückt sein, ja, sonst geht das nicht. Ziemlich verrückt. Rechnet man Stromverbrauch, Standgebühr und alle Nebenkosten ab, wird klar, davon kann Jo nicht leben. Aber lassen kann das auch nicht. So ist das mit Leidenschaften. Es schott keine Mühen. Zum Beispiel vier Stunden Fahrt nach Hamburg, um einen einzigen Sack Kaffee zu kaufen. Aber ein ganz besonders fein. Morgen in mein Nachmittag. Gestern Markttag in Helmstedt, Niedersachsen. Zwischen Obst- und Gemüseständen ein originelles Gefährt. Die mobile Espresso-Bar von Jo Weidmann. Er macht nicht einfach Kaffee. Er zelebriert Espresso und Cappuccino wie ein Ritual. Und es ist der Beste, glaubt man den Kunden. Joes Ziel ist ein möglichst perfekter Kaffee. Dazu gehört einiges. Zuallererst einmal gute Bohnen. In über 60 Ländern der Welt wird Kaffee angebaut. Die Qualität ist sehr unterschiedlich. Aber Jo weiß genau, was er will. Ja, ich fahre heute nach Hamburg mit meinem Oldtimer-Bus und hole einen Sack Rohkaffee ab im Kaffeelager vom Detlef Korz. Direkt aus Guatemala. Der hat schon eine lange Reise hinter sich. Und wir aber auch. Wir sind jetzt vier Stunden gefahren mit dem Oldie. Ankunft im Kaffeelager in Hamburg. Nicht in der romantischen Speicherstadt, sondern in einem Gewerbegebiet. Ein eher nüchternes Umfeld. Ja, das ist der Detlef Korz. Mein Importeur von dem Guatemala. Ein Hammer-Kaffee, sag ich euch. Ständig ausverkauft. Der ist handgepflückt. Ich komm gar nicht nach. Aber ich hab halt ne kleine Rösterei. Ich kann mir immer nur einen Sack leisten. So über Treibfahrmärchen, ne? Ne. Ein einziger Sack? Hier stapeln sich 300.000 bis zur Decke. Wert mehrere hundert Millionen Euro. Gar nicht so einfach, die kleine Charge aus Guatemala zu finden. Detlef Korz ist eigentlich kein richtiger Kaffee-Importeur. Eher ein Mittelsmann zwischen den Kaffeebauern aus einer kleinen Kooperative in Guatemala und den Käufern, die diese besondere Qualität zu schätzen wissen. Die fair gehandelten Bohnen aus Lampocoy sollen Kaffeetrinker glücklich machen und obendrein eine Schule und Krankenstation in dem 500-Seelen-Dörfchen am anderen Ende der Welt unterhalten. Detlef hier. Also, was sagst du? Wow. Also ich zerreibe hier mit meinen Händen die frischen Guatemala-Rohbohnen und prüfe mit meiner Nase. Sie riechen nach Heu. Also der Kaffee ist frisch. Und ein Qualitätsmerkmal erkennt man daran, die sind sehr schön grün, sind gewaschen, sind sehr sauber aus, gleichmäßig. Und ein frischer Merkmal ist für die diesjährige Ernte, man muss ein bisschen Heugeruch in der Nase haben. Und meine Frau sagt, der Guatemala ist ihr Lieblingskaffee. Er wäre fast zu schade zu verkaufen, man müsste ihn selber trinken. Für mich war Kaffee immer diese schwarze Brühe, wo man so lange Milch und Zucker reintat, bis das einigermaßen schmeckte. Aber dass Kaffee auch ohne Milch und Zucker und sogar noch lauwarm und kalt genießbar ist, das weiß ich heute. Und wir sagen ja, Kaffee, der kalt nicht geschmeckt hat, der hat auch warm nicht geschmeckt. Also der Spruch vom kalten Kaffee, das ist kalter Kaffee. Auf geht's, nach Hause. Vier Stunden Fahrt bis zu Joos kleiner Privatrösterei in Lehlen bei Königslutter. Er ist schon sehr gespannt, wie die feinen Arabikerbohnen sich verarbeiten lassen. Rösten als Kunst. Nur die richtige Kombination aus Bohnen, Temperatur und Zeitdauer garantiert das perfekte Kaffeearoma. Morgen in mein Nachmittag. Kaffee aus Guatemala. Ein Sack feinste Bohnen aus Lampocoy. 680 Euro. Mehr kann sich der kleinste Kaffee-Röster Norddeutschlands auf einmal nicht leisten. Eine Liebhaberei, genau wie sein Auto. Ja, ich hab das Auto das erste Mal gesehen vor zwei Jahren auf dem Fischmarkt in St. Pauli. Und dann hab ich zu meiner Frau gesagt, schau, das ist es irgendwann mal, möchte ich auch so ein Auto haben. Nur das Problem ist, es hat nur drei Gänge. Es ist halt ein entschleuchtes Fahren. Man kann da einen 80er-Schnitt fahren etwa und mehr geht da nicht. Er macht für die Strecke von Hamburg bis nach Lehm bei Königs Luther vier Stunden Fahrt. In dem niedersächsischen Örtchen betreibt Jo die kleinste Privatrösterei in Norddeutschlands. Der 40 Jahre alte Citroën-Bus mit dem Kosenamen Ottje dient Jo aber nicht nur als Transportmittel. Es ist sein Geschäftsmodell auf vier Rädern. Eine mobile Espresso-Bar. Inspiriert von Bella Italia. Ja, ich fahr seit 1980 nach Italien mit dem Motorrad immer. Und je weiter südlich sie kommen, so ab Neapel, ist in jeder Bar bis zu fünf Gruppen. Also das sieht aus wie eine Melkmaschine. Die arbeiten da mit den Hebeln hier rum, wie verrückt. Und das hat mich so fasziniert und die Einfachheit. Also ich bin mobil, beweglich und die Kunden buchen mich. Das heißt, das Kaffee kommt zu Ihnen, nicht die Kunden kommen zu mir ins Café. Bevor es soweit ist, muss Jo allerdings die Bohnen erst einmal rösten. Auf zwölf Quadratmetern hat er in einer Ecke seiner Garage die Maschine aufgebaut. Eine erschwingliche Investition. 350 Euro zahlt er, als ihn das Kaffeefieber packt. Ja, ich habe vor dreieinhalb Jahren ein Buch geschenkt bekommen, zu meinem Geburtstag von einem Freund. Das hieß Kaffee rösten zu Hause. Das habe ich in einer Nacht durch. Und dann habe ich mir gleich so ein Gerät gekauft. Also Industrie röstet in einer Stunde etwa vier Tonnen. Ich kann mit einem manuellen Röster hier in meiner kleinen Rösterei vier Kilo rösten. Und das schmeckt man, das spürt man. Und ich liebe das einfach. Ich hätte das schon mal viel eher machen müssen. Ich liebe einfach den Duft von frisch geröstetem Kaffee. Wenn das hier rauskommt und duftet, das stinkt nicht oder riecht, sondern es duftet. Ich bin wie in der Backstube. Sie sehen jetzt langsam, die Bohnen entwickeln sich. Also sie beginnen von grün, sich langsam hellgelb zu färben. Nach etwa sieben Minuten werden sie schön zitrusgelb und dann von hellbrau ins dunkelbraun zu gehen. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Es duftet wirklich herrlich. Wenn man ganz leise ist, hört man den ersten Crack. Also der Fachmann spricht von First Crack. Die Bohnen platzen auf, die haben sechs Bar. Die äußere Zellstruktur verändert sich. Es wird ein kleines Silberhäutchen abgespaltet. Und das sind Bitterstoffe. Eigentlich ist es Abfall. Die Industrie hat im Kaffee nichts verloren. Und die Industrie verwendet diese Häutchen, vermalt diese Häutchen und streckt dann mit dem Filterkaffee. Das heißt 80 Prozent ist Kaffee. Der Rest ist sowas. Geht gar nicht eigentlich. Das erklärt manchen schlechten Bürokaffee. So, jetzt ist die Temperatur okay. Ich kann den jetzt rausnehmen. Stoppt automatisch in der Ausgangsstellung. Ich nehme also jetzt den Kaffee. Ich habe hier 160 Grad. Es ist unheimlich heiß. Ich fülle ihn schnell um. Und dann ab in die Pfanne. Die hat Jo vorher ins Gefrierfach gelegt, damit die Bohnen nicht nachrösten. Das Ergebnis 1a aromatischer Arabica. Der Unterschied zu Robusta liegt im Wortsinn auf der Hand. Aber was ist eigentlich das Charakteristische dieser beiden großen Bodenfamilien? Und wofür braucht man sie? Morgen in meinen Nachmittag. Die kleinste Kaffee-Rösterei in Norddeutschland. Ihr Zuhause hat sie in dem Dörfchen Lelm in Niedersachsen. Nicht weit vom ehemaligen Grenzübergang Helmstedt. In Jo Weigmanns Garage. Hier stehen Geräte, die man eher in einem Kaffeemuseum erwartet. Wie diese alte Mühle. Jo schwört auf die guten alten Dinge und traditionelle Herstellungsmethoden. Das Know-how hat er sich selbst erworben. Learning by doing. In vielen Versuchen hat er herausgefunden, welche Eigenschaften er aus dem Boden herauskitzeln kann. Denn Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Also es gibt Arabica-Sorten und Robusta-Sorten. Einen hundertprozentigen Arabica nimmt man hauptsächlich für einen Filterkaffee. Robusta nimmt man zum Verfeinern vom hundertprozentigen Arabica, um einen schönen Espresso zu machen. Die Arabica-Bohne erkennt man daran, dass sie sehr groß ist. Die ist sehr groß und hat einen Wellenschliff. Bei Robusta, die sind meistens kleiner in der Regel und haben einen geraden Einschnitt oben in der Bohne. Hier sieht man eine typische Robusta-Bohne aus Vietnam. Allein schmeckt sie sehr holzig. Also ich mag Robusta eigentlich gar nicht. Wir haben halt festgestellt, die sind sehr günstig, werden überall reingemischt im Espresso gerne. Wir haben von Pflügerinnen Ohrringe gefunden, wir haben Holzstückchen gefunden. Wir haben Steine gefunden und Steine in der Mühle ist natürlich tödlich, geht nicht. Da ist ihre Mühle kaputt. Für viel Geld bekommt man aber nicht unbedingt hohe Qualität. Kobiluak gilt als teuerster Kaffee der Welt. Wie er gemacht wird? Nun ja, es hilft, wenn man Katzen sehr, sehr gerne mag. Das heißt, die steigen nachts auf diesen Kaffeesträuchern oder auf den Kaffeebäumen rum und fressen teilweise auch diese Kirschen mitsamstem Fruchtfleisch. Und das Gewölle wird praktisch ausgeschissen, auf Deutsch gesagt. Also das ist Katzenkaffee und der wird gereinigt und soll halt ein besonderes Aroma haben. Ja gut, das machen Sie jetzt mit Elefanten, es wird gemacht mit Pandabeeren, mit Tee. Man versucht da ein Geld, schnelles Geld zu machen, ein teures Geld. Eine Tasse, habe ich mal gehört, kostet bis zu 70 Dollar. Eine Tasse, der wird auch gekauft. In Amerika gibt es ganz Verrückte. Ich habe es jetzt einem in meinem Leben gedrungen auf einem Kaffeeseminar. Er schmeckt wie Erde, Moos, geht gar nicht. Kaffee aus Katzenkötteln? Dann doch lieber den Indischen aus Jos Handröstung. Apropos Handröstung. Bisher hat Jo einen 200 Gramm Heimrüster benutzt. Heute ist endlich das neue Gerät eingetroffen. Damit kann er zwei Kilo Bohnen auf einen Rutsch verarbeiten. Das ist zwar immer noch sehr viel weniger als die vier Tonnen, die eine moderne Industriemaschine liefert. Aber für Jo bedeutet es den lang ersehnten Durchbruch. Ja, ich habe schon ein paar Monate gespart dafür. Und ich bin mal gespannt, vor allem wie er röstet. Also es ist eine Investition. Man muss schon ein paar Kilo rösten, um das Geld wieder rauszubekommen. Mehrere tausend Euro kostet der Röster. Dafür muss man schon einige Kaffees verkaufen. Kein Wunder, dass Jo den Röstvorgang gespannt beobachtet. Die zirkulieren jetzt die Bohnen hier. Die muss ich innerhalb von 15 Sekunden rauskunden. Ja, es ist schon sehr heiß. Aber ich kann das. Also man gewöhnt sich dran, sagen wir mal. Ich habe schon Hornhau dafür. Also es ist nur noch warm. Wir werden jetzt ja runtergekühlt. Wer so viel über Kaffee weiß wie Jo Weigmann, der hat auch etwas zu erzählen. Deswegen gibt er regelmäßig Kaffeeseminare. Wo? Natürlich dort, wo die Seele des Kaffees zu Hause ist. Beim Italiener. Morgen in mein Nachmittag. Kaffee mit Liebe und Leidenschaft geröstet. In Norddeutschlands kleinster Privatrösterei. Hier arbeitet Jo Weigmann an dem perfekten Aroma für Genießer. Montag ist Rösttag und auch Bürotag. Und das ist mein kleines Reichsinn, so 12 Quadratmeter. Wie Evas Bar in Umbrien. In Italien fing alles an. Und die Frau hat mich so fasziniert. Die steht seit 61 Jahren hinter einer Theke. Die ist nur 1,50 Meter groß. Und hat seit 60 Jahren immer denselben blauen Arbeitskittel an. Also das besondere Erkennungsmerkmal. Eva Klein und hat einen großen blauen Arbeitskittel. Eva war auch die Einzige, die mich an ihre Espressomaschine gelassen hat. Ich durfte mal selber das ausprobieren. Das fand ich schon mal sehr gut. Und ich habe dann immer ein wenig geschaut. Sie hat so eine alte Espressomaschine dort. Und wie sie das alles gemacht hat mit dem Espresso. Und da dachte ich mir, ja, das könntest du auch mal machen. Das ist ganz toll. Also ich, es war so entschleunigend. Das war so entspannend alles. Und auch diese Nierentischchen, alles so 50er, 60er Jahre. Da sage ich, Mensch, Eva, verkaufst du mir das Kaffee oder kann ich da nicht anfangen da unten? Oder wie lange willst du noch machen? Und dann sagt sie, bis der mich da oben holt. Das hat er bis jetzt nicht. Eva ist mittlerweile 90 Jahre alt. Und Covergirl auf Jos Spitzencafé. Seiner Liebe zu Bella Italia bleibt Jo auch hierzulande treu. Kaffeeseminar im italienischen Restaurant Herrenmühle im Königsluther. Jo will neue Jüngerinnen und Jünger für den Kaffeegenuss der Extraklasse gewinnen. Er verteilt Rohbohnen. Die meisten haben so etwas noch nie gesehen. Was soll ich damit machen? Nichts machen, einfach anbogen. Herzlich willkommen zu meinem Kaffeeseminar hier in Königsluther. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin der Jo Weigmann, bin 57 Jahre alt. Vom Beruf bin ich eigentlich Schreinermeister und Bakettleger in Nord... Das Käse. Ey, hör mal auf jetzt. Kann ich nicht. Eine Frage habe ich an euch. Wer trinkt denn gerne einen Espresso? Also eins, zwei, drei. Also die Hälfte hier trinkt gerne einen Espresso. Ja, aber Moment. In Italien normalerweise, ein Italiener wird nie Espresso gesagt. Ist nicht unbekannt. Lachen mich aus, wenn ich in Italien gehe. Wenn ich am Bad gehe, sage ich, ein Espresso bitte. Un Espresso, bitte. Wirst du Deutscher? In Italien heißt keine, es ist nicht Espresso. Das ist einfach Kaffee. Wieder was gelernt für den Urlaub. Espresso heißt in Italien ganz einfach Kaffee. Weil dort so gut wie niemand Filterkaffee trinkt. Und wenn er mal einen Filterkaffee kauft, also der Röster sagt zu diesen Sachen Briketts. Ja, das sind für uns Briketts. Gilt natürlich nicht für Joos guten Filterkaffee. Kaffeekunde Teil 2. Alte Röstmaschinen. Und das habe ich vom Flohmarkt, das ist schon sehr antik. Da hat man früher so ein kleines Härtchen gehabt, so ein Öfelchen. Und da hat man hier den Deckel aufgemacht, hat hier die Rohbohnen rein, Deckel zu und hat so lange gekurbelt über dem Feuer, dass sie nicht verbrannt sind. Und das hat dann alles gerochen. Meistens immer ein bisschen verbrannt. Und damit hat man Kaffee gerüstet. Im dritten und letzten Seminarteil heißt es Espresso perfekt gezapft. Der Lernerfolg stellt sich unmittelbar ein. Ich habe gerade festgestellt, dass wir seit Jahren Espresso trinken zu Hause. Aber darf eigentlich gar nicht schmecken, weil wir in der falschen Kanne machen. Aber schmeckt trotzdem. Komisch, ne? Wir trinken ja gerne stark, aber mit Milch. Es widerspricht sich zwar, aber ich mag ihn einfach so. Ich trinke jeden Tag nur eine Tasse Kaffee zu Hause, nachmittags, aber guten Kaffee. Auch hier von ihm, indischen, oder ich kaufe auch Brack-Kaffee, also kein Chibo und so ein Quatsch. Und nun gibt es zur Belohnung O Sole Mio, vorgetragen von Restaurantchef Lucho persönlich. Ju kann sich derweil entspannen. Ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken, der läuft mir bald zu den Ohren raus. Jetzt zum Feierabend kann man schon mal ein Bierchen trinken. Prost. Auf die Eva. auf die Eva. Auf die Eva. Untertitelung des ZDF, 2020